Eine illustre Gästerunde erwarten auch meine Kollegen vom Riverboat heute Abend um 22 Uhr hier im MDR. Ein junger, toller Mann konnte es nicht abwarten, das, was er zu sagen hat, schon vor 18 Uhr bei uns loszuwerden. Gleich ist der Kabarettist Florian Schröder bei uns. Weil ich in diesem Buch zur Völkerverständigung beitrage, zwischen den... Die Generation 30-40? Ja, so zwischen 20 und 40. Was haben wir denn so für problemliche Tipps und eigene Geschichten? Zum Beispiel mein erstes Mal im Fitnessstudio, hätten wir da eine schöne Geschichte. Oder auch das erste Date, was man da alles falsch machen kann. Ja, da kann man viel falsch machen. Einfach, weil ich dachte, das ist eigentlich ja sehr schön. Ich habe reserviert, er hat sich Gedanken gemacht. Dann müssen wir heute Abend Riverboat gucken. Vielleicht sage ich es da. Genau. 22 Uhr, es kommt ja auch noch Hugo, Egon Balder, Rainer Kallmund und und und. Richtig, aber die kommen alle noch. Kommt die nachfolgende Sendung auch nicht im MDR aktuell. Ich sage erst mal Dankeschön. Ja, gerne. Florian Schröder, mehr dazu auf dem Riverboat. Dankeschön, dass Sie...